Herzlich Willkommen zu Decaflon, oder wie ich es seit Urzeiten nenne, Decathlon. Hört sich für meine Ohren besser an. Decathlon ist 1983 erschienen, kam von Activision und ich habe damals sehr gerne auf dem Atari 2600 gezockt. Das gab es aber für C64 und Atari und haste nicht gesehen, das wurde glaube ich für jedes System umgesetzt, wie es noch möglich war. Wir steigen einfach mal ein, ich wollte euch mal alle 10 Disziplinen zeigen, praktisch ein Decathlon, ein Zehnkampfspieler. Ein Mitspieler, der ich alleine ersetze. Bis zu 4 Spieler könnte man auswählen. Anschließend kann man sich auch einzelne Disziplinen auswählen. Na, das möchten wir jetzt nicht, sondern ein Decathlon. Auf geht's, es geht mit dem 100 Meter Lauf los. Bitte stört euch nicht an den Hintergrundzonen, das ist mein Joypad. Damals hatte man so einen wunderbaren Joystick, der beim Atari dabei war. Und ich kann mir noch gut daran erinnern, dass er sich als Kind öfters mal Blasen in den Handflächen hatte. Von Decathlon spielen wohlgemerkt. Fangen wir jetzt einfach mal an. Links, rechts, so schnell wie möglich und damit ins Ziel kommen. Der Start war natürlich hervorragend, aber ich merke schon wieder, dass es doch relativ anstrengend ist. Dabei habe ich noch gar nicht richtig angefangen. 1132, keine Bombenzeit, deswegen auch nur 696 Punkte. Die zweite Disziplin, die zweite Disziplin ist der Weitsprung. Ich will ja dasselbe System, nur kurz vor der Absprunglinie dann den Feuerbutton drücken. Auf geht's. Ja, 5,9 Meter ist jetzt auch nicht so überragend. Das ist ja wie hier bei den Bundesjugendspielen. Oder damals beim Sportfest, da habe ich auch immer nur eine Ehrenurkunde bekommen. Ja, 582 ist jetzt auch nicht so. Ich bekomme es aber auch nicht hin, vernünftig Stärke und vernünftig Power aufzubauen. Ja, dann übertreten ist natürlich am Ende auch nicht so prickelnd. 1291 Punkte nach zwei Disziplinen. Damit sind wir, glaube ich, eher nicht auf Medaillenkurs. Aber es kommen noch ein paar Disziplinen, die ich eigentlich recht gut beherrsche. So wie das Kugelstoßen. Genau dasselbe System. Am Ende übertreten gehört wohl dazu bei mir. Also mit null Punkten sollte ich jetzt aus dieser Disziplin nicht rausgehen. So, komm, jetzt hier. Ja, immerhin. 17,06 Meter. 909 Punkte. Das war doch schon mal nicht so schlicht. 2200 Punkte, genau. Nach drei Disziplinen. Weiter geht's mit der vierten Disziplin. Das dürfte sein... Der Sperrwurf? Nein, der Hochsprung. Ah, wunderbar. Oh, der hat sogar geklappt. Ich habe schon gedacht, ich würde mit dem Hintern auf dem Boden landen. 1,40 Meter. Das ist jetzt natürlich am Anfang noch relativ einfach. Und ich denke, so bis zwei Meter ist das auch kein Problem. Wenn man es richtig macht, wurden bemerkt. Ja. Kommen wir zu 1,80 Meter. Auch das ohne Probleme. Und jetzt mit zwei Metern geht's so langsam los. Da muss man dann doch schon mal schauen, dass man den richtigen Absprungpunkt erwischt. Jawoll. Ja. Sehr gut. Ihr habt's gehört. Sobald man über 1000 Punkte kommt, gibt's da noch eine wunderbare Melodie. In der C64-Version gibt's sogar noch Applaus vom Publikum. Das wirklich nur dann applaudiert, wenn man auch wirklich über 1000 Punkte kommt. Sehr fair. So, einen Versuch haben wir noch. Vielleicht schaffen wir die 2,40 Meter, obwohl das schon sehr hoch ist. Nein. Ich weiß gar nicht, ob man diese 2,40 Meter überhaupt schaffen kann. 1,025 Punkte macht 3,225 Punkte nach der vierten Disziplin. Ah, der 400 Meter Lauf, ja. Der ist ähnlich prickelnd wie nachher zum Schluss die 10. Disziplin, der 1,500 Meter Lauf. Da kann man nämlich dann 1300 Meter ganz locker und leicht laufen. Und dann die letzten 200 Meter, wenn man dann schon so ein bisschen außer Atmen ist und man die Bewegung, die sich links, rechts nicht gewohnt ist, muss man dann nämlich nochmal 200 Meter sprinten. Sehr, sehr prickelnd. Und dies hier ist jetzt auch schon ein wenig anstrengender, das 400 Meter lang durchzuhalten. Schauen wir einfach mal, was am Ende bei rumkommt. Wo meine Figur keine Schuhe trägt, weiß ich bis heute nicht. Ja, mal sehen wofür es gut ist. 717, ja, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Hälfte hätten wir. Weiter geht's jetzt mit dem Diskuswerfen. 110 Meter Höhen. Ja, wunderbar. So, obwohl es geht doch eigentlich. Noch keine Höhen umgerissen. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Jo, ist in Ordnung. Dann müsste jetzt aber das Diskuswerfen kommen. Ja, komm. Ja, auf jetzt. Ähnlich wie beim Kugelstoßen, wieder hervorragend. Gut, man braucht natürlich nur einen guten Versuch, anstatt drei mittelmäßige. Aber den muss man erstmal hinbekommen. Ja, so nicht. Null Punkte in dieser Disziplin. Das heißt, ich bin von jeglichen Medaillenplätzen weit, weit entfernt. Medaillenplätze war wie folgt. Man konnte damals an Atari, als das Spiel rauskam, ein Foto machen von seinem Bildschirm. Weil man über 8.000 Punkte bekam einen bronzenen Aufnäher. Über 9.000 Punkte, glaube ich, einen silbernen Aufnäher. Und, glaube ich, ab 10.000 Punkte einen goldenen Aufnäher. Kamerl dazu gesteckt. So war das damals, ja. Stark Hochsprung. Ja, perfekte Landung. Also dafür müsst ihr extra noch Punkte geben. Diese Haltungsnoten. Wahnsinn. Ja, damit der eigenen Stange die Stange runterhauen, ist auch nicht so prägernd. Hm. Hm. Na. Obwohl jetzt ist es eigentlich egal, wo ich gerade das Diskuswerfen versaut habe, macht das hier jetzt auch nichts mehr. Na, aber jetzt läuft's. Stab hochspringen. Eine Disziplin, die ich noch nie gemocht habe. Weder hier noch bei Summer Games oder irgendwelchen anderen Sportwitzeln, die über die Jahre erschienen. Ich finde Stab hochspringen einfach unglaublich langweilig. Einfach nur langweilig. Allerdings ähnlich auch wie Hochsprung, da kann ich mich auch nicht wirklich für faszinieren. Wenn das bei Olympia kommt, dann schalte ich dann doch lieber auf Synchronschwimmen. Jetzt nicht unbedingt. Aber etwas weniger langweiliges. Jetzt wird's langsam wieder schwieriger, über die Latte zu kommen. Ja. Toll. Mein Manicum war drüber. Meine Stange reißt die Stange runter. Genial. Hm. Speed ist hervorragend. Schön. Ich glaube 5 Meter muss man erreichen. Für 1000 Punkte. Kann das sein. Vielleicht schaffen wir's. Dann kann ich's euch zeigen. Ja. Ja. Exzellenz. Auch schön, wie er in der Luft hängen bleibt. Sehr schön. Ja. 5 Meter müssen's sein für 1000 Punkte. Richtig. Der war nochmal gut. Ein bisschen mehr Schwung. Dann könnte ich da vielleicht noch rüberkommen. Ne. Letzter Versuch. Oh. 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 Ja. Der war ja ganz knapp. Also deutlich unter der Latte. Kann auch nicht jeder. End aber gut. Ja. Ne. 5,20 Meter. Punktzahl ganz ordentlich. Es müsste Speerwerfen kommen. Mal sehen wie ich wieder Dreimalübertrete. Wie bei den anderen Wurfsportarten vorher auch. Komm. Auf jetzt. Ja, da hätte ich glaube ich noch wenig laufen können. 71 Meter ist nicht so aufregend der geht ein wenig weiter aber es reicht noch nicht für die 1000 Punkte ich glaube für die 1000 Punkte müssen wir die 80 Meter Marke erreichen das könnte eventuell mal reichen ja, sehr schön aber es reicht natürlich nicht für 1000 Punkte toll naja, gut 1500 Meter, die letzte Disziplin man kann ganz gemächlich anfangen bringt die Geschwindigkeit so ans Limit allerdings müssen wir das jetzt 2 Minuten, 2,5 so halten und dann wie gesagt am Ende die letzten 200 Meter nochmal kräftig sprinten und das geht dann in die Arme das war damals so und das ist heute schon so ich könnte natürlich jetzt die Steuerung umstellen auf Tastatur das ging dann vielleicht etwas leicht obwohl dann ist das auch nichts anderes als ein Buttonsmashing ja, Decathlon Decathlon oder Decathlon ich bleib einfach bei Decathlon ich kann mich damals dran erinnern ich selber besaß ja Natalia 2600 nicht der gehörte meinem Bruder und er hatte sich das Spiel zu Weihnachten gewünscht ja, das hat er dann auch an Heiligabend bekommen und auf einmal waren die Olympischen Sommerspiele mitten im Winter Heiligabend bei uns zu Hause auf dem Fernseher das war ein Heidenspaß für die ganze Familie und wie gesagt in den nächsten Tagen hatten wir alle Blasen an den Fingern zumindest ich und mein Bruder vom Decathlon spielen weil man ganz einfach der C64 der Quatsch der Atari 2600 Joystick war lang stilförmig und man hielt den mit der linken Hand fest unten und mit der rechten Hand die setzte man oben auf so dass man wirklich nur die Handfläche mit der Spitze oben berührte ja und dann legt er mal los und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen auf der Jagd nach Rekorden dass man da letztendlich doch sehr viel Kraft aufgewendet hat sehr oft und sehr lange gespielt hat dementsprechend natürlich dass die Blasen nicht ausblieben ganz klar so wo sind wir jetzt hier bei 800 Metern aber das war damals ein faszinierendes Spiel es hat einfach Spaß gemacht es war ja auch was Neues Anfang der 80er Jahre diese Telespiele zu Hause waren ja keine Selbstverständlichkeit dann hatte man noch diese Verpackung diese Originalverpackung damals mit diesen wunderbaren Screenshots vorne drauf beziehungsweise hinten drauf vorne war ja immer ein tolles Cover drauf ich glaube hier waren mehrere Sportler abgebildet dynamische Sportler die zwar mit der Grafik letztendlich im Spiel nichts zu tun hatten aber es sah einfach nur genial aus der Screenshot auf der Cartridge selber war glaube ich auch geschönt wenn ich mich recht erinnern kann da hinter der Figur waren da noch Zischschweife drauf die seht ihr hier natürlich auch nicht was nicht daran liegt dass ich so langsam bin ja das waren die Pioniere der Computerspielzeit damals da hat es noch Spaß gemacht da kam nicht jedes Jahr derselbe Titel raus mit einer anderen Jahreszahl am Ende ich bin jetzt schon über 15 Minuten hier in dem Video mal sehen wie ich das hochkriege bei YouTube wahrscheinlich gar nicht so und jetzt die letzten 200 Meter Sprint ihr seht es die Anzeige geht runter und so richtig in den Keller und jetzt wird es nochmal richtig anstrengend oah Kerl in der Kiste obwohl es könnte eine gute Zeit werden komm 100 Meter schaffst du jetzt noch morgen habe ich es wieder in der Schulter mittlerweile bin ich ein alter Mann ich kann das nicht mehr so verpacken 3 Minuten 41,2 ja fast 1000 Punkte eh mal 7778 Punkte ich bedanke mich dass ihr dabei wart bei meinem aller allerersten Let's Show vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder ich würde mich freuen und sage in dem Sinne bis dann t AIDS 2 volts 3 2 3 6 6 7 8 7